Nein, nein, du kannst glaub ich nicht einfach als random irgendwas schreiben. Ich hab die Erde nicht bekommen. Ah geil. Bela warte warte, du bist viel zu weit rüber gegangen. Bela, wo seid ihr? Du bist viel zu weit rüber gegangen. Hä? Wo seid ihr? Ich bin zumindest direkt hinter Alex. Ich bin auf dem Berg hier oben. Achso ihr seid doch auf dem Berg. Das labert ihr von wegen. Ich bin lost grad. Wo seid ihr? Ich seh euch nicht. Das ist ein Problem. Wir sind auf dem Birkenberg. Ich bin immer noch auf dem Berg, wo wir eben oben waren. Wo du einen Baum abgebaut hast. Ja. Du hättest weiter laufen müssen. Ja weiter ist... Wir sind richtig lost. Okay. Junge, wir werden so sterben, Alter. Das ist ja unfassbar, Mann. Ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich, Marian. Ich hab keine Picke. Ihr müsst vorgehen. Marian, das ist jetzt ganz unpraktisch gewesen. Das musst du so. Marian! Nein. Ich bin ganz durchdokiert. Mach zu. Er baut oben zu. Wir sind so scheiße. Was haben wir denn dabei? Nicht, nicht straight. Nicht straight. Also ihr seid doch beide dumm. No risk, no fun. Alter, Junge. Alex, hab deinen eigenen Weg. Das war richtig. Ich hab keine Picke. Komm rein hier. Komm rein. Gib mir mal zwei Bretter. Zwei Stein, Dinger. Hab ich nicht. Ich hab auch einen Brett. Alex hier, nimm, nimm, nimm. Ich hab keine bekommen. Wieso gehst du hier rein, Alter? Du seid ein Creeper. Ich hab auch Schaden bekommen. Was ist denn mit euch? Könnt ihr bitte nicht sterben? Ich hab keinen her... Miller! Alter, was? Oh fuck, 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 oh fuck. Was hast du gemacht? Und? Du wurdest gedroppt von den Creepers, wie hast du das gewusst? Aber sowas von, Junge. Vier Dias viert. Du musst das zu bauen hinter mir. Warte, was? Du bist schon gegelt, du bist so viel. Ich bin auch tot. Äh, was? Dann haben wir den auch raus, ne? Dann haben wir den noch raus, ne? Genau. Ja, halt, da stinkt niemand, dass wir da mitten drin stehen. Alter, was ist das, was das geht. Tut mir rein. Du musst das, was tut mir einig. Ich bin schaden darf es euch. Weil ich mich für dein Geist ist, was habe ich gesagt, Du musst das, was hast du nicht, was ich schon. Ok, lauter Peben und Freunden. Du bist. Du bist so, warst du nicht. Untertitelung des ZDF, 2020